Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hinterm Horizont geht's weiter. Gilt das auch für Kevin Costner? Finden wir es heraus. Hallo beim Tele-Stammtisch! Zur Besprechung von Horizon, der neuen Regiearbeit von Kevin Costner, der auch eine Rolle begleitet. Das heißt, er war wieder sehr produktiv. Ebenfalls sehr produktiv ist mein heutiger Gesprächspartner, nämlich der Sven. Hallo Sven! Howdy, Partner! Sven, bist du Western-Fan? Ja. Okay, gibt es Western, wo du sagst, die sollte man auf jeden Fall gesehen haben? Ja, und da sind viele Costner-Sachen dabei. Ich bin ein großer Kevin-Costner-Fan. Ja, ich meine, er hat ja seine Karriere auch wirklich groß begonnen mit Silverado und aus den 80ern, meine ich. Das war eine seiner ersten größeren Rollen. Ja, das weiß ich noch. Und ich finde auch, wenn es jemanden gibt, der das Western-Genre noch so ein bisschen versucht hochzuhalten, ist es wirklich Kevin Costner. Denn, seien wir ehrlich, es gibt zwar so alle drei, vier, fünf Jahre mal einen Western, aber es ist selten, dass es ein Western ist, der wirklich groß ist. Da würde mir, glaube ich, zuletzt höchstens noch einfallen, der Todeszug nach Yuma von James Mangold oder vielleicht auch der Hostiles, auch mit Christian Bale. Aber diese Blütezeit der Western, so 50er, 60er Jahre, wo ja Western fast so populär war wie heutzutage Superhelden, die ist halt lange vorbei. Ja, leider. Ja, wobei das Remake von Die Glorreichen Sieben war, glaube ich, noch relativ erfolgreich. Stimmt, ja, ja, ja. Da hast du recht. Das fand ich auch noch ganz, ganz angenehm. Also es war ein netter Blockbuster. Also zumindest habe ich ihn so in Erinnerung. Jetzt haben wir hier im Horizon einen Film, der eine unglaublich bewegte Geschichte hinter sich hat. Und es könnte jetzt vielleicht ein bisschen komplexer werden, denn es sieht wie folgt aus. Ich versuche es mal kurz zu rekapitulieren. Kevin Costner hat diesen Film vorangebracht und hat die ersten beiden Teile gedreht und schon abgedreht. Der erste Teil kam schon bereits vor einiger Zeit in die US-Kinos und ist dort kapital gefloppt. Also wirklich groß gefloppt und der Film war nicht billig. Ich weiß nicht, wie die genauen Budgetzahlen, aber ich glaube, es wurden gesagt, so 100 bis 150 Millionen Euro gekostet haben. Und hat in den US-Kinos wirklich, also unterperformt wäre halt noch untertrieben. Und das Problem war jetzt, dass der zweite Teil, der eben schon abgedreht war und auch schon Kinostart hatte, dass New Line Cinema diesen Kinostart abgesagt hat. Jetzt ist es aber so, dass der Film in den USA schon digital erhältlich ist und sich dort wohl in den Streaming-Charts sehr gut schlägt. Was jetzt wieder dazu führt, dass vielleicht der zweite Teil in den USA zumindest dort digital irgendwann mal erscheint. Der hat noch keinen Starttermin. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, am 22. August kommt Horizon Kapitel 1 in die deutschen Kinos und Kapitel 2 ist bereits datiert auf den 7. November diesen Jahres. Das Problem ist aber, der kann hier aber erst dann starten, wenn er auch in den USA gestartet ist anscheinend. Das heißt, es ist aktuell noch unsicher, ob wir den zweiten Teil dieses Jahr überhaupt noch so gesehen nicht bekommen oder ob er überhaupt in das Kino kommt. Das ist alles unglaublich komplex und ich finde es schade, weil der Film an sich, ich hatte mich auf den gefreut, aber es ist so eine Sache, du, mir fällt es halt schwer, Leuten diesen Film zu empfehlen. Das sage ich gleich vorweg, weil, und jetzt kommt meine ganz harte These, Sven, ist das wirklich ein Film oder ist das mehr eine Miniserie? Oh, das ist, ja, es ist eher eine Miniserie und ich muss auch gleich vorweg sagen, es ist sehr schwer, da reinzukommen. Hm, ja. Also der Zugang ist nicht ganz leicht. Ja, ich muss auch sagen, ich war auch überrascht, was der Film mir erzählt, weil ich wusste halt, okay, es ist Horizon, er heißt im Original an American Saga und am Poster ist halt ganz prominent Kevin Costner mit Schnauzbart und Cowboyhut. Aber, liebe Leute, lasst euch das gesagt sein, ich habe die Zeit nicht gestoppt, aber der Film geht drei Stunden und ich würde behaupten, es dauert minimum 45 Minuten, bis wir überhaupt das erste Mal Kevin Costner zu Gesicht bekommen, was ich jetzt nicht als Kritikpunkt verstanden möchte. Ähm, der Film ist halt wirklich ein Episodenfilm. Er spielt so 1859 in verschiedenen Territorien der Vereinigten Staaten und erzählt halt eben von Siedlern, er erzählt auch von amerikanischen Ureinwohnern und es ist jetzt nicht so, dass diese Geschichten im Laufe der Zeit so ineinander einfließen und zu einer Geschichte werden. Es sind wirklich verschiedene Episoden und das unglaublich seltsame in diesem Film ist, ich kann nicht behaupten, dass ich da drei Stunden gesessen hätte und mich gelangweilt hätte, ganz im Gegenteil. Also, es waren für mich kurzweilige drei Stunden, aber ich weiß nicht, wie du es siehst, Sven, ich hatte ein unglaubliches Problem mit dieser Episodenhaftigkeit, weil manchmal werden da Episoden erzählt, die gehen eine halbe Stunde und gerade wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt in dieser Geschichte richtig drin, du bist angekommen. Zack, nächste Geschichte für fünf Minuten, dann wieder 30 Minuten woanders und am Ende saß ich da und dachte mir, ich hatte zwar eine gute Zeit, aber ich kann nicht von mir behaupten, dass das eine Erzählung war, die elegant wäre oder bei der ich irgendwie mit einem zufriedenen Gefühl aus dem Kino komme. Es ging mir auch so, also ich hatte mich auch, wie gesagt, wahnsinnig drauf gefreut, ich finde auch Open Range von ihm 2003, also besser geht's nicht, es ist ein absoluter Mega-Western und auf sowas in dieser klassischen, auf diese klassische Erzählform hatte ich mich eigentlich gefreut und drauf vorbereitet. Ja, ich hatte drüber schon gelesen, es geht um mehrere Trails, die da begleitet werden, also von Santa Fe bis Wyoming, Wyoming ist ja auch dann Kevin Kostner, der, ich hab's gestoppt, nach einer Stunde auftaucht. Ja, ich hatte mich da wirklich, wirklich drauf gefreut und dachte am Anfang, okay, es kristallisiert sich so die erste halbe Stunde auch nicht mehr heraus, wer so jetzt die Hauptcharaktere sind, die jetzt gerade in diesem Kapitel oder in diesem Abschnitt wichtig sind oder die wir begleiten. Das dauert wirklich auch so eine halbe Stunde, bis du sagst, okay, es geht hier um die Frau Kittredge mit ihren Kids, die da versucht, nach einem wirklich, das hört sich jetzt bescheuert an, aber toll inszenierten Massaker wieder Fuß zu fassen. Und ja, diese Sprunghaftigkeit hat mich auch, ja, es ist schwer, es ist wirklich so 50-50, ich hab gedacht, ah, das nervt, aber ich wurde auch jedes Mal wieder gut unterhalten. Und es war, auch wenn viel Filler drin sind, es war irgendwie nie langweilig. Ja, also, das ist wirklich, ich war auch total perplex, weil du wirst halt komplett wieder rausgerissen nach so einer halben Stunde und kommst in eine nächste Episode und dann hat's da nach drei, vier Minuten auch irgendwie so Klick gemacht und dann dachte ich, okay, ich möchte jetzt auch hier wissen, wie es weitergeht. Und da als Warnung schon mal gleich vorweg, dieser Film endet halt komplett offen. Es gibt keine Geschichte in diesem Horizon-Film und deswegen finde ich es auch ein bisschen blöd vom deutschen Verleih, dass sie darauf verzichtet haben, Kapitel 1 in den deutschen Titel zu setzen, weil es ist einfach ein erstes Kapitel. Der Film endet und alles bleibt offen. Er endet ja sogar mit so einem kleinen Teaser für den zweiten Kapitel und ich muss sagen, nach diesem Teaser dachte ich mir so, ich hätte nichts dagegen, wenn es einfach weitergehen würde. Ja, aber es ist halt auch, ich habe mir so zwischendrin überlegt, kommt der jetzt, wie kommt der jetzt beim deutschen Publikum an? Oder kann ich nachvollziehen, dass er in Amerika so gefloppt ist? Und da ist auch Jein. Ich denke, hätte Kostner sich auf eine Gruppierung begrenzt mit ihm, was weiß ich, er folgt dem Trail nach Santa Fe und sie hätten alles andere so außenrum gebaut, also die Geschichte auch mit den Ureinwohnern, die Geschichte mit den Soldaten, die dann auch in den Bürgerkrieg ziehen. Und das Ganze vielleicht nur mit einem schönen Voice-Over überlegt von Sam Elliott und als klassische Western-Story aufgebaut, hätte das, glaube ich, ein breiteres Publikum angesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen sind in Amerika beim Streaming-Anbieter, aber ich denke, das ist das, was die Leute wahrscheinlich erwarten, wenn sie ins Kino gehen und nicht so diesen groben Überblick. Und das ist, glaube ich, das, was es so ein bisschen schwer macht, aber ja, ich war auch angefixt. Also ich war auch da gesessen und dachte dann, okay, ja wie, vorbei? Jetzt schon? Ja, das Problem ist ja auch, er ist halt erzählt wie ein Zusammenschnitt aus mehreren Miniserien, aber er sieht halt aus wie ein Kinofilm, finde ich. Also ich habe ihn auf einer ganz großen Leimert sehen können und ich würde mal sagen, visuell ist dieser Film ein Panorama-Porno. Also da gibt es halt so großartige Landschaftsaufnahmen, wo du erst mal auch raffst, wie groß dieses Land eigentlich ist. Hin und wieder, das muss ich aber auch sagen, sieht man auch, dass die nicht ganz echt sind, diese Bilder, dass sie wahrscheinlich so vor so Stage-Wänden irgendwie heißen, wie auch der Mandalorianer gedreht worden sind. Aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Insgesamt sieht der Film wirklich fantastisch aus. Er evoziert auch so ein klassisches Western-Feeling. Also das ist so ein Film, der atmet und der miefet und duftet nach Western. Und vor allem ist diese Abwechslung, du hast Wüste, du hast Prärie, du hast schneebedeckte Berge, du hast einen Tannenwald. Da ist so viel Abwechslung drin und das macht auch den Reiz aus. Aber halt eben, es ist halt einfach viel und alles hängt so ein bisschen in der Luft. Das ist eben das Problem. Und ich kann jeden verstehen, der aus dem Kino rauskommt und auch vielleicht ein bisschen angepisst ist, weil letztlich ist es, wenn man es ganz böse sagen würde, ganz, ganz böse ist Horizon eigentlich nur ein sehr, sehr langer Trailer für einen Film, von dem gerade echt unklar ist, ob der überhaupt noch kommt. Ja, ich fand auch die Bilder, das war echt grandios. Es gibt einen super schönen Soundtrack von John Dabney, der das Ganze auch, wie du schon gesagt hast, der lässt dich den Western, also ich war fast schon mit Colt vor der Leinwand gesessen. Und mit Halfter. Ja, aber es erzählt wird irgendwie viel, aber irgendwie halt auch nichts. Aber man darf es halt auch nicht. Ich habe so am Schluss gedacht, okay, das ist das erste Kapitel. Der Rest kommt erst noch. Aber du hast halt auch, so finde ich, mit diesen Sykes-Brüdern schon einen guten Willentrumpf in der Hinterhand, dass daraus vielleicht echt eine tolle Konfrontation wird. Und die waren auch alle mies und die sind hassenswert. Und da denkst du nur, okay, alles klar, duelliert euch nochmal. Und ja, ich finde, die Zutaten sind alle da. Ich hoffe, dass der zweite kommt. Und ja, aber ich weiß es halt auch nicht. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass der vielleicht tatsächlich dann nur im Streaming erscheint. Es gibt ja aktuell das Gerücht, dass Netflix wohl interessiert ist, sich diesem Projekt anzunehmen, weil Kevin Costner hat das ja auch groß und teils wohl selbst finanziert. Er hat selbst die Gelder aufgetrieben. Das muss man auch ein bisschen aufpassen, was man jetzt sagt, weil da gibt es auch jetzt verschiedene Aussagen. Also Kevin Costner hat sich in den letzten Wochen auch keinen Gefallen getan, weil er mal sowas gesagt hätte, dass er alles bezahlt hätte aus eigener Tasche. Dann hieß es wieder nie nur so und so viel Prozent davon. De facto aber ist es einfach ein Herzensprojekt. Das merkt man. Und auch nicht nur, weil Kevin Costner natürlich trotz seiner über 60 Jahre derjen, der Cowboy ist, der noch am ehrbarsten rumläuft und auch irgendwie das Problem los schafft, die junge Blondine für sich zu gewinnen zu können. Okay, Kevin, bitte mach, wenn es dich glücklich macht, bitte. Aber es ist schon so, ich finde es halt schade, weil Western ist halt so selten geworden im Kino. Und Horizon ist ja auch kein Neo-Western, es ist kein Spät-Western, es ist kein Italo-Western. Es ist ein uramerikanischer Western. Es ist eine sehr romantisierte Sicht auf die Geschichte der Vereinigten Staaten. Wobei man da auch aufpassen muss, romantisiert würde ich jetzt auch nur in Gänsenfüßchen setzen. Denn Kevin Costner ist ja bekannt, dass er sich auch sehr kritisch mit der Historie seines Landes auseinandersetzt. Ich möchte da an die Dokumentation 500 Nations weiterleiten oder empfehlen, wo er ja die Geschichte der U-Einwohner so ein bisschen erklärt hat. Die war wirklich sehr gut. Die ist jetzt aber auch schon 20, 30 Jahre her, die Dokumentationsreihe. Und ich war deswegen am Anfang von Horizon echt fast schon ein bisschen schockiert, wie er diese U-Einwohner inszeniert. Denn du hast ja schon gesagt, es gibt am Anfang einen Massaker. Und das ist, ich würde jetzt sagen, es ist jetzt nicht so grafisch wie andere Sachen. Aber das ist schon so, dass du wirklich dein Gefühl hast, okay, das ist gerade keine gute Zeit, die die dadurch leben. Es ist sehr, es ist, ähm, es ist emotional sehr beengend, was da passiert. Es ist sehr drastisch, was da passiert. Ähm, und ich dachte mir, als ich das gesehen habe, okay, hoffentlich macht Costner jetzt nicht diesen Fehler und dämonisiert diese U-Einwohner. Und das macht er ja nicht, also er löst es ja hinterher so ein bisschen auf. Ich muss aber sagen, ich hoffe sehr, dass im zweiten Teil diese U-Einwohner noch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr erläutert werden. Dass wir da ein bisschen mehr erfahren, weil diese, ich, er gibt eine Erklärung, warum es zu diesem Massaker kommt. Aber ich finde, dass er uns noch und gerade den U-Einwohnern noch einiges schuldig bleibt. Weil aktuell kam es mir so vor, als ob diese Siedler meistens, bis auf jetzt eine Ausnahme von bösen Buben, als sehr ehrbare Leute dargestellt werden, die auf keinen Fall schuld dafür sind, was ihnen widerfährt. Und ich glaube, das ist dann auch zu einfach gedacht. Oder siehst du was anderes? Ähm, ja, es ist einfach so. Also ich glaube tatsächlich, dadurch, dass er nur eine gewisse Dekade beleuchtet, dass es vielleicht einfach nur bei dieser, in Anführungsstrichen, einfachen Erklärung bleibt. Aber ich kann das durchaus verstehen, wenn man das sieht, weil da werden Frauen und Kinder dahin gemetzelt, dass man dann denkt, naja, also, die sind aber auch nicht ohne. Aber klar, was die halt vorher durchlebt haben, wird hier halt wirklich gerade mal in einem Prozent angerissen. Und ja, ich hoffe, also ich hoffe auch, dass sie ein bisschen mehr, ich denke das auch, ein bisschen mehr Screamtime bekommen, dass man sich da einfach, dass man das einfach auch versteht, warum das da so passiert ist. Aber ich weiß es halt nicht, ja, ob er sich wirklich dann nur so begrenzt oder ob er noch ein bisschen weiter ausholt und denkt, den Rest müsst ihr eigentlich schon wissen. Keine Ahnung. Es gibt aber auch da eine kurze, tolle Szene, wo die Ureinwohner zu zweit in einem Laden sind und wollen was tauschen. Und da ist es dann halt auch so, dass die Weißen mit denen halt wirklich auch so ein wirklich abartiges Psychospiel spielen. Ja, also man muss auch sagen, dass halt dieses Massaker zu Beginn ja auch Ausgangspunkt ist von so einer Art, ich nenne es mal Miliz, ja, von weißen Siedlern oder Revolverhelden, die halt eben Jagd auf Ureinwohner machen und dann die Skypes von denen verkaufen. Wo es ja auch diese schöne Szene gibt, wo dann Sam Worthington ist, glaube ich, oder Michael Rucker, ich weiß es nicht mehr genau, aber dann sagt er, aber woher wollen die Leute denn wissen, dass es ein Skype von einem Ureinwohner ist? Weil, ganz ehrlich, Mexikaner sehen ja auch so ähnlich aus. Oder wenn du zu lange in der Sonne gesessen hast, das klingt jetzt blöd, aber so ist es halt einfach. Du kannst ja nicht einfach so, ne? Und ich finde, dass er am Ende mir schon relativ deutlich macht, dass es egal, ob du Ureinwohner oder Siedler bist, letztlich sind es alles Menschen und Menschen sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie nur gut sind. Das macht er schon ganz, ganz deutlich. Nur insgesamt, muss ich sagen, rückblickend auf den Film, auf dieses eine Kapitel, was ich jetzt gesehen habe, hoffe ich halt wirklich sehr, dass er da noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Weil so ist es mir dann noch aktuell noch ein bisschen zu sehr Schwarz-Weiß-Malerei. Aber wie gesagt, er hat das Potenzial noch offen, ja. Er hat mehr als deutlich gemacht, da kommt noch was und ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt. Ich muss auch sagen, mir würde es schwer fallen aus diesen Episoden, aus denen der Film besteht. Wo er dieses Mosaik draus entspinnt. Mir würde es schwer fallen, daraus einen Favoriten zu wählen. Weil es halt jedes Mal so war, ich war drin und dachte, boah, das ist gerade so spannend, ich möchte wissen, wie das weitergeht. Das sieht toll aus, ist toll gespielt, das zieht mich so rein in die Handlung, es wirkt authentisch. Dann kommt die nächste Episode und dann nach drei Minuten dasselbe Gefühl. Und am Ende saß ich da und dachte, boah, was davon fand ich jetzt am besten? Ich muss sagen, ich könnte keinen Favoriten jetzt nennen. Du? Oh doch, ich habe also klar Kostner, weil ich die Story... Weil er die junge Bordine abbekommt, ne, ja, ja, war klar. Ja, aber dann, da passiert ja noch mehr, ne, und so. Aber einfach, weil ich da auf doch schon einen klassischen, coolen Shootout gewartet habe und dachte, okay, das spinnt sich zu einer wirklich, wirklich spannenden Geschichte. Die zwei gegen den Rest der Sykes Gang, was so ein Klassiker ist, wo ich gedacht habe, ja, geil, da könnte man noch ein paar richtig coole, ne, Action-Einlagen reinbringen. Oder halt auch eher so dieses beklemmende, wir zwei armen Tröpfe gegen die Bösewichter, die uns überall nachstellen, fand ich sehr gut. Und was mir auch gut gefallen hat, ist Luke Wilson im Santa Fe Trottel-Trail. Weil da gibt es auch so zwei Momente, wo ich wirklich gelacht habe, gerade so bei diesen beiden wohlhochgeborenen, die sich diesem Trailer angeschlossen haben und lieber irgendwo im Schatten sitzen und zeichnen, als den Leuten zu helfen, ihre Wagen aus dem Dreck zu ziehen. Und das fand ich angenehm des Lockerts auch ein bisschen auf, auch wenn du danach schon wieder so ein leichtes Ziehen in der Magen gegen kriegst, weil daraus ja auch Situationen entstehen, die dann vielleicht auch eher nicht so gut enden können. Ja, also es gibt wirklich ganz viele Situationen in den Filmen, die nicht aufgelöst werden, wo du das Gefühl hast, okay, das kann nur böse enden. Und auch bei diesem, wie du so schön gesagt hast, Trottel-Trail, ja, das sehe ich auch so. Also er zeichnet halt nicht nur ein Bild von dem Land, er zeichnet halt eben auch ein Bild von Menschen. Und wie ich schon sagte, Menschen können halt auch mal nicht nett sein und das merkt man. Gerade weil das ja schon so, ja schon sehr patriarchal alles aufgebaut ist, mit dem Mann als Führungsmitglied. Wobei, gerade bei den Zeichs, ja man merkt, dass eigentlich Mama Zeichs dann doch der Brotene hat. Also Villa anguckt als Kittredge, die ja auch wirklich einen krassen Einstieg hat. Irgendwie schade, weil... Ich würde diesen Film so unglaublich gerne wirklich von vorne bis hinten empfehlen. Aber es ist halt einfach schwer, weil so viel Spaß, wie ich mit dem hatte, es ist halt letztlich A, kein Film, es ist eine Miniserie. Und es ist eine Miniserie, von der wir aktuell einfach nicht wissen, ob sie beendet wird. Denn ich glaube, Teil 3 soll jetzt gedreht werden. Insgesamt soll es vier Kapitel geben. Und wenn ich mir vorstelle, dass jedes dieser Kapitel drei Stunden geht, dann hast du halt einen Zwölf-Stunden-Film. Aber ob der halt jemals wirklich realisiert wird, ist halt offen. Und puh, es ist schwer. Also mir fällt es wirklich schwer, Leuten diesen Film zu empfehlen. Außer natürlich, du bist absoluter Western- und Kevin Costner-Fan. Und dann gibt es nix, außer geht er rein am 22. August. Aber ich glaube tatsächlich, dass Horizon jetziger Stand einfach vielleicht dann doch zu ambitioniert ist. Und zu groß und zu episch. Ich glaube, dass vielleicht Kevin Costner sich wirklich einen Gefallen damit getan hätte, wenn er das erst mal etwas kleiner aufgezogen hätte. Wenn er sich eben, wie du auch gesagt hast, auf eine Episode beschränkt hätte und die Sandy erzählt hätte. Ich glaube, das wäre vielleicht dann doch besser gewesen. Weil so, ich meine, alles ist möglich, aber ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass wirklich Horizon Kapitel 4 irgendwann mal erscheint. Nee. Oder siehst du was anders? Ich glaube auch nicht, dass 3 erscheint. Ich glaube, dass es bei den beiden bleibt und sie vielleicht beim zweiten Kapitel jetzt vielleicht am Ende irgendwie einen Abschluss oder irgendwas drehen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, 3 und 4 wird nix. Da hat er sich, glaube ich, dieses Mal wirklich ordentlich verzockt. Außer 2 ist so gut und kommt so mega gut an. Aber ich glaube es nicht. Glaube ich auch nicht. Und wie gesagt, der Film war ja richtig teuer und das siehst du aber auch. Der sieht hochwertig aus. Das sei hier nochmal gesagt. Und vor allem, er wirkt authentisch. Es wirkt jetzt nicht wie so ein John-Vayne-Western, wo der Held halt die ganze Zeit strahlend ist. Das ist alles hier. Es ist jetzt nicht so wie bei Sergio Corbucci und so. Das ist es jetzt auch nicht. Oder Sergio Leone. Aber es wirkt alles schon ein bisschen dreckiger, ein bisschen rauer, ein bisschen geerdeter. Und das mag ich. Das ist eine gute Mischung aus Western der großen Glanzzeit aus Hollywood und gleichzeitig halt so ein bisschen Spätwestern ist da jedenfalls auch mit drin. Aber man kann es drehen und wenn, wie man will. Es ist schwer, weil, ich wiederhole es gerne, das ist eine Miniserie, das ist kein Film. Ja, also das passt auch so, finde ich, so ein bisschen in diese Deadwood-Schiene. Wobei es in Deadwood jetzt noch wirklich noch schmutziger und noch versiffter ist als bei Horizon. Aber auch da gibt es schon so Anleihen. Und ja, es ist wirklich schwer zu beschreiben. Ich war hooked und habe Bock auf mehr. Aber kann natürlich auch die Leute verstehen, die im Kino sitzen und dann rauskommen und sagen, was war das? Und vor allem, was ich mich halt frage, wenn jetzt wirklich am 7. November, wie es aktuell geplant ist. Und es sei ja noch gesagt, wir nehmen diesen Podcast Ende Juli auf. Das heißt, der Start in Deutschland ist jetzt in drei Wochen passieren. Das heißt, in diesen drei Wochen kann noch einiges geschehen. Aber ich habe halt auch das Problem, ich glaube, wenn ich dann im November den zweiten Teil angucke, hoffentlich, dass ich auch vieles vielleicht gar nicht mehr weiß, weil im ersten halt so viel drin ist. Als Beispiel in diesem Trottletrail spielt diese Isabel Fuhrmann mit. Und die kennt man als Esther aus diesen beiden Orfenfilmen. Und da wird so ein bisschen aufgebaut, dass sie sich halt schon ein bisschen sehnt, nicht nur als Dienstmarkt zu agieren, sondern sich auch mal ein bisschen selbst verwirklichen zu können, um es mal so auszudrücken. Und das ist eine nette Geschichte. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch weiß im November. Und ich weiß auch nicht, wie es dann auf mich wirkt, wenn das dann weitererzählt würde. Und ich das Gefühl habe, hä, war da irgendwas? Also es ist, ich weiß nicht, also Kevin Costner verlangt von seinem Publikum dann schon vielleicht auch ein bisschen zu viel. Und er ist ja auch dafür bekannt, dass er so ein bisschen auch gerne sein eigenes Ding durchzieht. Und er wohl auch manchmal ein bisschen schwierig ist und auch ein kleiner Egoist. merkt man schon, glaube ich. Weil das ist letztlich ein Traumprojekt von ihm. Und das hat er, glaube ich, echt auch so umgesetzt, wie er das für richtig gehalten hat. Und ob das jetzt die beste Entscheidung war, wage ich zu bezweifeln. Ja, ich glaube auch, hätten sie eine Serie draus gemacht, wäre der Zugang auch wieder anders da gewesen. Aber klar, mit den Bildern, aber selbst da bei Serien hast du ja, die sind ja auch wirklich so hochwertig. Ja, ich bin wirklich hin und her gerissen. Kann ich verstehen. Und man muss ja auch sagen, es spielen viele bekannte Gesichter mit, aber es sind nicht alles davon bekannte Namen. Also du hast natürlich klar Kevin Costner. Dann hast du aber zum Beispiel jemanden wie Sienna Miller, die kann das Gesicht, aber ich glaube, die wenigsten kennen ihren Namen. Sam Worthington ist natürlich mit Avatar stattbekannt, aber ich würde ihn jetzt nicht als Kategorie Superstar nennen. Dann hast du Jenna Millow und da hast du Michael Rooker, der gefühlt zum allerersten Mal in der Geschichte seiner Schauspielkunst einen guten spielt. Ja. Jeff Faye ist mit dabei. Immer schön, den mal wieder zu sehen. Du hast Danny Houston, du hast Luke Wilson, Tom Payne, Jamie Campbell-Bauer, Michael Angarano, Giovanni Ribisi, Will Patton. Ganz viele Leute, wo ich sage, du kennst das Gesicht, aber wenn ich dich fragen würde, wie heißt der oder die, dann ist es nicht. Ja, das stimmt. Es ist nicht die große A-Riege, sondern es ist B+. Das ist schön auch. Also mein Luke Wilson kenne ich nur aus irgendwelchen Komödien. Genau. Und dann gucke ich da hin und denke, nein, natürlich kann der was. Klar, das ist auch ein guter Schauspieler, aber es ist jetzt halt auch niemand, der Milliarden ins Kino zieht. Und ja, ich habe mich auch über Michael Rooker, habe ich mich auch wirklich gefreut. Und Jeff Faye. Aber das sind halt, ja, wie du schon gesagt hast, Leute, die die meisten einfach zwar vom Optischen her kennen, aber denen wahrscheinlich der Name nicht so einfällt. Ja, aber ich finde es halt auch ganz, es ist halt auch, ja, es ist auch schön verteilt. Jeder hat so ein bisschen was, was mich so am Schluss, weil du auch gesagt hast, es ist wirklich viel. Am Schluss nochmal, wenn es heißt genervt, oder wo ich gedacht habe, ach nee, nicht noch mehr Charaktere, das langt doch schon, Mensch. Weil es geht ja dann auch weiter über die, über den Bau der Eisenbahn und das deckt ja wirklich ganz, ganz, ganz viel ab. Aber dann bringen sie so gegen Ende, ich glaube eine Viertelstunde vorher nochmal eine neue Familie mit rein. Wo ich dann auch so ein bisschen erschlagen war und dachte, können wir nicht eigentlich uns auf das konzentrieren, auf was ich mir jetzt schon habe merken können und nicht irgendwelche neuen noch reinbringen. Ja, ging mir auch so. Ich meine, die letzte Familie, die sie reinbringen, das sind ja diese chinesischen Einwanderer. Das fand ich auch interessant, weil man ja gar nicht so, also das wissen viele nicht, wie wichtig diese chinesischen Einwanderer ja wirklich waren, auch für die, für den Ausbau des Eisenbahnnetzes. Und es gibt auch so ein paar Sachen, also ich möchte jetzt nicht zu nah reingehen auf Spoilergründen, aber es gibt ja auch die Geschichte eines kleinen Kindes, wo ja auch Kevin Costner so ein bisschen mit involviert ist. Wo ich mir auch denke, aber die Mutter, die ist doch noch, was, es geht ein bisschen schnell von, wo ist die Mutter hin zu, hier habt ihr das Kind. Das ging echt ein bisschen schnell. Aber gut, Kinder sind halt auch nervig. Was ich mich aber auch frage, hätte es dem Film vielleicht besser getan, wenn er seine Episoden streckter voneinander getrennt hätte? Als Beispiel, der Film fängt an und dann kommt so eine Einblendung, die Geschichte von so und so. Und dann wird diese Geschichte so weit erzählt, wie er sie erzählen möchte. Und dann kommt ein ganz klarer Cut. Und dann kommt wieder Einblendung von hier, wir sind jetzt hier und das ist jetzt diese Geschichte. Weil er sagt dir halt schon, okay, wir sind jetzt im Wyoming-Territorium oder wir sind jetzt hier. Aber manchmal hatte ich das Gefühl, also war ich unsicher, versuchte jetzt hier die Geschichte miteinander zu verknüpfen oder nicht. Und vielleicht hätte es der Erzählung besser getan, wenn er das ein bisschen klarer, visueller voneinander getrennt hätte. Ach, fand ich jetzt nett, weil ich habe es dann einfach so mit diesem, ja, mit diesem Ländlichen. Nein. Du Klemmerer bist dann, ich sage es einfach. Nein, ich habe es einfach hingeguckt und dachte, Gott sei Dank blenden sie unten wenigstens die Gegend ein. Ich brauche ja nicht die Namen. Das wäre zwar auch irgendwann hilfreich gewesen, aber nein, du hast wenigstens die Gegend. Und da konnte ich das schon gut trennen. Das war okay. Ich habe mir gemerkt, Santa Fe ist dann hier Luke Wilsons Trottelzug und Wyoming ist Kostner. Und ja, also ich könnte dir jetzt aber auch nicht nennen, wo jetzt die Miller rumspringt, die mit Worthington ja in irgendeinem Vor ist. Und ja, es stimmt schon, es gibt einige Passagen, die werden dann schon sehr schnell abgearbeitet. Also wo du denkst, für alles andere lassen sie sich ewig Zeit, aber das, das finde ich interessant, das handelt ihr in zwei Sekunden ab. Sowieso, weil manchmal ist halt wirklich so, dann ist eine dieser Episoden zu Ende, also nicht zu Ende erzählt, aber hört einfach auf, dann springt er zu der nächsten Episode und dann ist die aber nach fünf Minuten wieder vorbei. Und dann springt er zum nächsten und die geht dann wieder eine halbe Stunde. Das hat mich ein bisschen, das hat mich mit am meisten gestört. Also zu Beginn gibt es zum Beispiel so Momente, wo du, Angus McFadden heißt er, glaube ich, den kennt man aus Braveheart, da war er Robert Bruce, wo er halt eben so, ja, ermordete Siedler bestattet. Und ich dachte so, okay, das geht jetzt noch weiter, aber nee, das hört dann irgendwie nach drei, vier Minuten plötzlich einfach auf aus dem Nichts. Und irgendwann habe ich gedacht, wo ist der eigentlich jetzt hin? Und das sollte man sagen, Horizon, also die gesamte Saga, soll eine Zeitspanne von 15 Jahren abdecken. Und ich kann dir aber nicht sagen, wie viele von diesen 15 Jahren jetzt im ersten Kapitel abgehandelt werden, weil für mich war es nicht immer ersichtlich, spielt das jetzt zeitgleich oder spielt das wirklich innerhalb von drei, vier Jahren? Da macht er auch keinen so guten Job. Stimmt, also ich glaube aber, dass das erste Kapitel so tatsächlich drei Jahre, das hatte ich irgendwo mal gelesen, aber das ist auch wirklich ohne Gewehr abhandelt. Ja, mir wäre es tatsächlich vielleicht auch lieber, die treffen sich dann alle irgendwo und errichten dann eine Siedlung, dass du die alle auf einem Haufen vielleicht hast. Ja, ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich glaube, das geht so weiter, dass sie sich vielleicht mal ab und zu über den Weg laufen, könnte ich mir vorstellen. Aber wir werden sehen. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Letzte Frage, dann können wir gerne zum Fazit kommen, aber was ja zu Western auch dazugehört, und wir haben es ja schon angesprochen kurz, ist natürlich so ein bisschen Action muss halt sein. Wenn die Revolver sprechen, wenn die Gewehre sprechen, dann sind wir ja als kleine Actionfans auch ein bisschen glücklich. Wie hat dir denn so gefallen, wenn Kevin Costner mal Konflikte inszeniert, die halt eben nicht mit Dialogen oder Argumenten ausgetragen werden, sondern mit Projektilen? Warst du da zufrieden, wie er es inszeniert hat oder hast du dir gedacht, da wäre mehr drin gewesen? Es passt zum Tonus des Films. Also ich finde, der eine Shootout an der Hütte, den fand ich ganz cool, weil es nachvollziehbar ist und auch zum Stil des Films passt. Also es ist jetzt keine, wir duellieren uns mit Hintergrundmusik und es rollt ein einsames Buschwerk über die Straße, sondern es ist rauf und das Wetter. Also hier geht es wirklich darum, den Typ zu töten und zwar ohne Stil und sonst irgendwas, sondern töten oder getötet werden und das fand ich gut inszeniert und das hat mir auch gefallen. Bin ich auch voll bei dir, diese Schusswechsel, die es gibt, die haben alle auch ein gewisses kinetisches Gewicht. Also du merkst auch, wenn eine Kugel einschlägt, da ist auch Wumms hinter. Es ist auch nichts dabei, das irgendwie als ehrenvoll dargestellt wird. Also gerade dieser Shootout da an der Hütte, der ist halt, er fängt halt fast ein bisschen klassisch an, aber auch nur ein bisschen und ändert sich dann ganz schnell, weil es eben nicht darum geht unbedingt, also natürlich, es geht darum, wer schießt zuerst, aber dann ist auch die Frage, wie agierst du am cleversten? Und das kriegen sie ganz gut. Also es ist, ich sagte ja, der Film hat so eine gewisse Western-Romantik und die hat er definitiv, aber sie ist sehr schmutzig und sehr dreckig. Nicht so schmutzig halt eben, dass du denkst, dass der Italo-Western ist zurück, das ist jetzt kein Django, aber ist es jetzt auch nicht vergleichbar wirklich mit diesen eher klassischen Western, wo halt eben zwei sich gegenüberstehen und man wartet, bis die Uhr, zwölf Uhr tickt und dann buff. Das hat mir auch gefallen. Man muss aber ganz klar sagen, wenn ihr jetzt glaubt, dass der Film durchzogen ist von Action-Sequenzen, das ist nicht der Fall. Der hat in den ersten halben Stunden dieses Massaker, das sehr, ja, action-orientiert ist, aber auch wirklich schon böse. Also da gibt es wirklich böse Szenen, da gebe ich Sven absolut recht. Nicht, dass die grafisch so explizit wären, aber trotzdem ist es echt böse, was da passiert. Gerade wenn halt Gewalt gegen Kinder, das ist unschön. Aber es ist kein Actionfest, würde ich sagen. Also Kapitel 1 hat so ein paar Action-Momente, aber es ist kein Actionfilm. Gut. Dann würde ich sagen, können wir gerne zu einem Fazit kommen. Horizon ab dem 22.08. im deutschen Kino ist und hoffentlich, wie gesagt, wir wissen es aktuell noch nicht genau, er ist noch datiert, der zweite Teil für den 7. November. Und mein Fazit laut wie folgt, es ist kein Film, es ist eine Miniserie, aber es ist eine Miniserie, bei der ich komplett hinterher bin. Ich möchte da wissen, wie es weitergeht. Ich hoffe sehr, dass ich den zweiten Teil auch im Kino gucken kann. Kevin Costner ist gescheitert daran, ein Epos zu erschaffen, das die Massen begeistert. Das ist klar, aber er hat ein Epos geschaffen, oder den Anfang eines Epos, wo ich sage, ja, da bin ich investiert, da möchte ich mehr von sehen. Und es ist nicht die Renaissance des Western-Genres, auch das sollte klar sein. Aber es zeigt halt, dass Western auch heutzutage echt noch gut funktionieren kann. Aber wie gesagt, Leute, wenn ihr da reingeht, seid euch bitte gewähr. Keine der Geschichten wird zu Ende erzählt. Alles bleibt in der Schwebe. Es ist wirklich, ja, die erste Episode einer Miniserie. Und es ist leider aktuell unklar, ob diese Miniserie auch so beendet wird, wie es die Macher intendiert haben. Von mir gibt es eine Empfehlung, aber bitte mit Vorsicht. Sven, wie sieht es bei dir aus? Ja, der Western ist teilweise zurück. Tolle Bilder, toller Soundtrack. Ich, ja, bin auch zwiegespalten, kann die Leute verstehen. Wenn ihr ins Kino geht, das ist kein Open Range. Es ist eine ganz andere Erzählstruktur, wie wir es schon erörtert haben. Wenn man sich darauf einlässt, hat man drei Stunden eine gute Zeit und ist vielleicht dann auch wie ich angefixt oder wie wir angefixt auf den Zweiten und wollen dann doch schon wissen, wie es weitergeht. Gebt dem Film eine Chance. Ja, mehr kann ich auch nicht sagen. Also mir hat er gefallen. Ich will mehr. Gut, dann sind wir hier mit euch. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-Stammtisch.de. Und wenn ihr jetzt glaubt, wow, also der Sven und der Du, sind ja solche vollkommenen Trottel und Arschnasen. Also denen möchten wir gerne mal privat sagen, dass sie total doof sind. Könnt ihr gerne tun auf unserem Community-Server bei Discord, tele-Stammtisch.de slash Discord, da findet ihr uns. Da könnt ihr mit allen Mitgliedern des Tele-Stammtisch kommunizieren, in Kontakt treten, aber auch mit anderen unserer Zuhörern. Das ist ein großer Spaß, glaube ich zumindest. Ich habe bislang nichts Gegenteiliges davon gehört, also wird es bestimmt. Und gerne, kommt vorbei. Wir freuen uns. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich sage Tschüss und Sven, das letzte Wort gebührt dir. Ich sage auch nur, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Und weißt du, was wir machen? Und jetzt führen wir hier einen Teaser ein zur Besprechung von Kapitel 2. Oder zu Ecolight. Kommt auf den Star-Wars-Server und hype die Serie. Ja, kleiner Pro-Tipp, hört unbedingt die Ecolight-Besprechung. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir und die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.